Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn es ums Grillieren geht, sind die meisten Feuer und Flammen. Fürs schöne Wetter kann Coop zwar nicht garantieren, aber für alles, was es für einen richtigen Grillplausch braucht. Für den Gaucho-Gussgrill, den man waagrecht und senkrecht benutzen kann, über die Holzkohle und die geruchlosen Zündwürfel bis zu dem unentbehrlichen Zubehör. Für das, was auf den Grill kommt, fragen Sie am besten den Coop-Metzger. Er weiss, welche Stücke sich am besten eignet und freut sich, wenn er sie beraten darf. Saftige Buletschenkel, feine Kalbsbrotwürste, rassige Rieseservala sind sehr beliebt und bei Coop besonders preisgünstig. Weitere günstige Aktionsangebote sehen Sie gerade anschliessend. Mich müssen Sie jetzt leider entschuldigen. Morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop Bananen per Kilo nur 1,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Bananen, Café Excelento, 500 Gramm statt 6,30 nur 5,30. Alle Joghurte im 180 Gramm Becher, 10 Rappen günstiger. 11 Vollwäschmittel in der 5 und 5,5 Kilo Packung, 3,50 Franken günstiger. Zum Schluss noch ein Preisabschlag. Eine Rolle Arni Schokotwin-Biscuit kostet nur noch 1,80. Auf Wiedersehen! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020